Wir sind am wunderschönen Strand von Zinnewitz. Zinnewitz liegt auf Usedom. Unser Einflugsgebiet ist praktisch von der polnischen Grenze bis nach Penemünde hoch am Strand, küstennah. Und im Achterwasser von der Zechariner Brücke bis zur Wolgaster Brücke. Wir fahren einen John Deere 37 mit 320 PS. Und der wurde von der Firma Landmaschinenmeyer in Wolgast umgebaut. Wenn man weiß, wie John Deere aussieht, er ist grün, gelbe Räder. Hat unser nicht. Unser ist rot und hat schwarze Räder. Sämtliche Bolzen, die mit Seewasser in Berührung kommen, wurden durch Innenstahlbolzen ersetzt. Praktisch eben Seewasserfest gemacht. Wir wollen Menschen helfen, die auf See in Seenot geraten. Seegeboot abschleppen, weil es einen Ruderschaden hat, Mastbruch, Motorschaden. Das heißt für uns, wir fahren raus, schleppen die praktisch in einen sicheren Hafen dann wieder rein.